Hallo Freunde, in diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge, Woche 1 und zwar Durchsuche Truhen, 10 Truhen müssen wir durchsuchen, 25.000 XP, damit sagen wir fahren wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, hier ist eine Truhe und die müssen wir durchsuchen, hier steht durchsuchen, das macht ihr einfach mal und ihr seht, somit habt ihr dann auch 1, 2 und 2, es gibt verschiedene Truhen in verschiedene Orte, hier zum Beispiel auch noch ein Truhe, einfach mal durchsuchen, insgesamt 10 Stück, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Und Leute, wir machen noch einen Auftrag und zwar erhalte Schäde, 200 insgesamt zu einer Schäde, 25.000 XP und ihr seht, ich habe hier ein Biggie, das ist ein Schild dran, wie ihr sehen könnt und den müssen wir uns einfach mal können, ich habe ein bisschen vorgeschrieben, ich habe 195 von 200, so und zack, einfach getrunken und 200 Schäde müssen wir trinken, also ich empfehle euch immer 2 Minutes und 1 Biggie dann, aber ich habe jetzt einfach ein Biggie und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen und wir haben auch bei Spektra Ritterin schließlich wöchentlicher Auftrag von Woche 1 ab 5 von 5 haben wir und haben auch eine Belohnung erhalten. Und ja Leute, dann bekommen wir Spektra Ritterin und zwar den Helm, Royale Helm, so sieht das Ganze aus, sieht auf jeden Fall richtig nice aus und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst die Leute, die ihr keine Videos mehr verpasst, da würde ich dann sagen, was ich mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss, tschüss!